Ja, hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Dungeonfreunde zu Undead Madness in Legend of Grimlock Labyrinth of Lies. Ich dachte, ich mache mal das Pausemenü ein, damit wir erst einmal die Stille genießen können, bevor jetzt gleich das hier wieder losgeht. Hi, Jungs. Ja, ihr seid böse. Das habe ich schon gelernt. So, Türe zumachen. Den einkillen wir so. Ja. Hi. So, Türe zu. Und schaboy. Trägen wir noch einen. Türe schnell zu machen. Bevor sie hier gleich totgepiekst wird. So. Waren das dann bitte bald mal alle? Und vor allen Dingen könnte ich irgendwann mal einen blauen Kristall haben. Die Sache nervt doch schon ein bisschen. Okay. Das ist immer meine Diebin abkriegen muss. Okay. So. So. Kommt ruhig wieder zurück. Hm. Sag bloß, das ist jetzt der letzte Trupp. Ich sehe nämlich keine weiteren mehr da drin. Das würde mich wie gesagt wirklich sehr, 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 sehr freuen. Ja, ihr mit eurem Piz geht mir weg. Au. Okay, er ist freezed. Das reicht leider nicht aus für eine weiteren Purge die Andeat. Au. Okay. Mhm. Ein Soulstone. Also kein Amber, sondern ein Soulstone. Jetzt hat er Aura, Aura, hatte er glaube ich vorher schon. Ich glaube, den gebe ich mal unserer Shurkin, Diebin-Rangerin, wie auch immer. So, dann kriegt sie nämlich zwei Skill Points für Assassination. Lernt das. Okay. Mhm. Ich sehe Teleporter. Ich mache erst mal wieder Licht. Throwing Access brauchen wir nicht unbedingt. Das können wir aber mitnehmen. Das ist was für dich. Das sind nochmal Pfeile. So, jetzt ist die super Frage. Teleporter, Pfeilgruben. Rasten. Nahrung sieht noch gut aus. Auf der einen Seite würde ich mir jetzt erstmal gerne diese Orb-Geschichte da hinten ansehen. Auf der anderen Seite bin ich neugierig, wie es hier weitergeht. Oh Gott. Dann steigen wir uns mal unsere... Doom. Okay. Ah. Oh, hi Okay, dich kann man sogar mit Feuer verletzen Ich muss mir nur merken, aus welchem Fallgrube ich bereits gekommen bin Also ich glaube, ich bin jetzt die hier runtergesprungen Sieht fast danach aus Ich probiere es nochmal Ja Okay Also die hier Ist okay Probieren wir jetzt jetzt die hier aus Die ist Auch okay Nächster Die ist auch okay Letzte Ist auch okay Gut Das heißt, wir haben die Falltüren schon mal abgeklappert Die Teleporter Bringen mich nur wieder den Eingang zurück Okay Also sozusagen Oh shit, ich kann fliehen Aber wie gesagt Ich habe ja den Raum dadurch gecleart Dass ich Mich hier Hat der Tür verschanzt habe Anders Wär Das Nicht gegangen So, jetzt haben wir das hier Kann ich dich auch so ausmachen Nein Kann ich beide nur extinguischen Ja Bit of the orbs How strange Hier kann ich nicht durch Nur hier Ah Habe ich das das letzte Mal gedrückt Gut Das bringt mich wieder hier hin Ja Okay Okay Au Au Okay Das war also tot durch verbrutzeln Das heißt Ich kann dir keinen Schaden machen, oder? Nein Außer ich bin so mutig Kann ich lightning shit? Ja Kann ich Was auch immer das jetzt genau bewirkt hat Das macht hier drüben auf So Nächster Tester Aufs Exempel Mhm Mhm Den kann ich leider nicht Tätigen Federfall wurde deaktiviert Was passiert eigentlich, wenn ich das Feuer so lösche? Gar nichts Ich muss wirklich Das hier machen Und sterben Und sterben, weil ich unachtsam war Hm Ja, das brauche ich gerade nicht Das hat mehr weh getan Das hat mehr weh getan, als es sollte Das portet mich nur zurück Okay Hm Hm Etwas durchwerfen bringt da auch nichts Hätte vielleicht gemeint, dass ich hier irgendwo einen Knopf übersehen haben könnte Nähe an der Wand ist auch leider nix Hm Hm Was natürlich sein kann, außer dass das Licht ausgeht, ist, dass Dass hier wieder so eine Doppelaktion von zwei Seiten ist Also dass wir theoretisch von Süden her auch noch ins Shadowlight Divide kommen müssen Und hier eben Und uns um den Rest kümmern müssen Nein, das bringt beides nix Extinguishen können wir hier auch nichts Dann laden wir nochmal, dass wir die beiden Steine zurückkriegen Ich fang mich halt auch Das hier ist Shadowlight Divide Und das ist die Neta-Welt, okay Ich weiß, dass südlich Äh, unter Iktras hier noch was ist Das ist 17 Uns fehlen aber immer noch Wege in Ebene 13, 14, 15 und 16 Wir sehen uns den nächsten Mal ab Bis zum nächsten Mal ab Bis zum nächsten Mal ab Bis zum nächsten Mal ab